hallo und willkommen zurück zur nächsten folge ja wir haben neues beteil wir haben neues material ich bin immer zu schwer was ist die kohle jetzt wird genommen alle so schön wenn sie auch mal ein bisschen kohle ist die kohle ja ist die kohle ja genau was ich bin immer mehr ich bin immer mehr ich bin immer mehr Wir sind ja jetzt hier schon fast industriell. Aber es ist ja schon mal gut, dass wir eine Kiste Eisen haben. Wir müssen eigentlich unser Gebäude auch vergrößern jetzt. Wir müssen hier einen Zaun größer bauen, dass wir mehr Platz haben. Mehr Maschinen gibt es ja gar nicht. Das ist jetzt alles was du bauen kannst. Das ist ja gar nicht. 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 Da was rein. Und wir machen hier was rein. Das Schild brauchen wir auch Ketten. Das kommt jetzt da oben rein. Das ist zum einen ist das einmal dieses Flax und einmal das Gerste. Ah, Ketten haben aber genug. Ich weiß aber nicht ob wir Flax auch anbauen sollen. Also Gerste kannst du anbauen, aber ich glaube nicht viel in der Region. Wenn ich mich nicht irre. Ich kann ja anbauen. Genau, du musst ja die Haken bei der Hand nehmen, da den Fuß und dann machen wir mal. Gucken was der sagt. Möchte schon mal jemand sein erstes Schild haben? Nee. Also wie gesagt, ich mach gerade Mehl und oben ist einmal dieses Flax drin. Mhm. Und damit gibt es gleich neue Rezepte. Hm. Kann ich anbauen. Beides. Hier in der Region? Ja. Okay. Dann ist gut. Deswegen habe ich noch nicht alles da rein gepackt, damit du noch genug anbauen kannst. So. Ja. Du bist überladen. Dann äh. Was jetzt? Ich habe dir das Schwarzmutter gegeben. Du musst dann Edelholz holen. Du kannst einfach wegschweißen. Ah, wir haben kein Edelholz da. Das müssen wir dann noch holen. Ähm. Dann kannst du mir die Bahnen wiedergeben. Dann tust du wieder in die Kiste. Ne, die liegen oben. Die liegen oben. Okay. Warte mal in Balea. Hier, nimm mal. Das müsste einmal neue Rezepte geben. Ja. Geht mal wieder zurück. Dann ähm. Zack. Nimm mal das hier einmal. Dann kannst du mir das auch wieder geben. Na. Und dann kann ich das deinem Vater geben. Jetzt noch ein paar Sekunden, wo ich schon alles angebaut habe. Ich stehe doch einmal da, dass ich es nicht gewachsen kann. Aha. Siehste. Das meine ich nicht. Na gut. Wir haben ja einen Spawnpunkt in der Ebene. Dann müssen wir den halt nützen. So. Einmal das. Und dann ein Feld bauen. Einmal das. Aha. Leinzirn. Was ist das Ziel? Naja. Gerstenmehl. Und Leinenzirn. Hm. Ja. Damit kannst du jetzt Blutpudding herstellen. Oder Fischhappen. Haihappen. Oder auch. Ach siehste. Ich hab noch einen Bauteil vergessen zu bauen. Ha. Da war ja noch was. Wo ist er denn? Da oben ist er. Ja. Ah. Wir brauchen vier von diesen Steinen. Kernen. Ja. Dann lass uns losziehen. Lass uns jetzt holen. Du möchtest ja nötig einen Dungeon laufen. Sollte Glück hast. Glück hast. Oh. Ich hab die Maschine grad noch nicht gefüllt. Welche? Ja. Hier die Schwelze. Was? Ja. Also Alea. Das andere. Müsst wir in der Ebene gehen. Und da uns ein Feld anlegen. Ja. Wir haben ja den einen Teleporter direkt in die Ebene. Da hab ich das gerade geerntet. Passt mein Leben verloren. Noch ein paar viele von den Goblins. Dann könnte man da schon mal nen Feld bauen. Ja. Ne. Jetzt müssen wir nur eben kurz hier irgendwo... Müsste... paar Faunches zahlen. Oder... Wo hab ich denn letztes Mal so einen Land gefunden? Wo war ich denn da? Na ja... Ja. Wo war ich denn? Und wir brauchen Edelholz. Der Edelholzbrot probiert. Ja. 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 ich auch nicht neben das auch ganz viel in der Ebenen haben wir nicht auch ein weiteres im Dunkelwald hier normal Prozent Dunkelwald sind nur es hat Das war's für heute. Ich glaube die anderen Gegner sind mir die überhaupt nicht. Welche anderen? Wo Berg an dem Portal steht. Okay. Bei dem einen sind halt nur die Loxe direkt. Ja, das ist Regen. Ich würde da wo der Sumpf wurde, wo wir die Sumpforte immer gemacht hatten. Da würde ich hin gehen. Wo wir auf der Ebene gebaut hatten und dann direkt an dem Sumpf war. Ja, da bin ich jetzt auch. Ja, das denke ich mal ist die bessere Stelle dafür. Ja. 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 Ja, okay. Ja. 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 Absolut. Ich wundere, als sind die kaputt gegangen. Jede nacht kommt, oder irgendwelche kleinen Viecher? Ja, aber ich wunderte, dass ich ja nichts davon gemerkt habe. Ja, weil die halt in den Zweig sofort sterben. Mein Gott, was ist denn da los? Ich schätz. Jetzt geht es aber ab dafür. Oh, oh. Da scheint jetzt noch jemand positiv zu sein. Papa, ich muss ein Schnelltest machen. In meiner Tasche. Ja, einer der Jungs, in dem wir zufrieden hatten. Mit dem du nahe Kontakt hattest. Oh, oh. Neben dem ist Stadt. Ist auch nahe Kontakt. Oh man, da scheinen wohl noch mehr positiv zu sein. Von dem ich nichts mitgekriegt hatte. Klassefahrt halt. Klassefahrt eben. Die Lehrer haben es alle. Finde ich ja auch gut, dass man sich da alleinander austauscht. Ich sehe ja so einen Urlaub in Gefahr. In England gibt es keine Corona-Massen mehr. Ja, ich fahre doch nicht mit Corona. Wieso nicht? Wenn du positiv bist, darfst du trotzdem nicht einreißen. Ist doch ab Montag alles aufgehoben. Papa? Da willst du dann alleine hier bleiben? Ähm, kann ich mehr Hand spielen. Nein, nein, ich war schon nicht zu Hause. Gehst du zu Oma, das ist schon klar. Ey, wieso? Nein, ich kann ja nicht zu Oma schon vergessen. Wir haben da so was Schönes unterschrieben. Dann gehst du zu Felix. Ich geh doch ne Woche lang. Vielleicht kannst du nicht bleiben alleine. Dass du dafür noch nicht alt genug bist. Ja, dann geh ich halt manchmal zu Felix. Nee, du musst ja übernachten. Ja, übernacht? Ich mein, ich hab's ja gesagt. Der Gesetzgeber sagt, du darfst maximal sechs Stunden alleine zu Hause sein. Ja. Die ist aber schon bewusst, dass ich das noch nie im Leben... Ja. Das kommt ja nicht an. Besonders nicht, wenn man live in einem Stream spricht. Außer dem, wenn ich positiv bin, darfst du noch unterbrochen nicht. Doch. Du musst ja noch nicht mal... Ab Montag brauchst du noch nicht mal mehr in Quarantäne mit Corona. Ist alles, alles aufgehoben. Gibt keine Einschränkungen mehr für Corona. Positive. Ja. Du darfst doch nicht mal zu Hause bleiben, wenn du keine Symptome hast. Du musst sogar in die Schule. Die Schule sieht doch ein bisschen anders. Nee, solange du keine Symptome hast, können die gar nichts. Du brauchst doch Stupfen zu haben. Ja, das wäre ein Symptom. Ich sage keine Symptome hast. Das habe ich ja gesagt. Dann guck mal, was du schönes gebaut hast. Ja, da fehlt voll ein Kupferbauen. Schade. Ich habe Angst für die Beteil. Das hätten wir jetzt Brot und alles herstellen können. Dafür müssen wir nämlich die Dings auf Stufe 4 haben. Den Kessel für Brot und so. Der öffnet seinen Mund, wenn ich vorbeigehe, da habe ich Angst vor. Der würde ich noch brauchen. Ja, genau das Gefühl habe ich auch. Ja, ich habe fast alles schwarz Metall verbraucht. Dann stehe ich zur Verfügung. So, unser Bete ist eingezwollen. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.